Mythische Heilens Ob Reisende das Monster von Loch Ness jemals in den Heilens entdecken werden? Wer genau hinhört, kann das Ungeheuer in den Mythen der Schotten finden. Nessie ist wohl das bekannteste Seeungeheuer der Welt. Es soll ihm Loch Ness in Schottland hausen und sorgt immer wieder für Schlagzeilen, wenn Forscher versuchen, das Rätsel um seine Existenz zu lösen. Neben der ersten Sichtung im Jahr 565, gab es weitere Erwähnungen im 16. und 17. Jahrhundert und auch noch danach. Wissenschaftler vermuten, dass riesige Welser im Loch für den Monster-Mythos verantwortlich sein könnten. Ein Wels kann bis zu 4 Meter lang, mehr als 400 Kilogramm schwer und gut 30 Jahre alt werden. Touristen, die den Sagen rund um das Seeungeheuer Nessie nachspieren wollen, sind eine wichtige Einnahmequelle der Region. Das Zentrum des Monster-Tourismus ist das Dorf Drumna Drohit. Ob Nessie lebt, wird wohl auch in Zukunft umstritten bleiben. Zumindest in den Mythen und Herzen der Schotten hat das schaurige Ungeheuer seinen Platz sicher. Loch Ness ist ein von Gletschern geschaffener Süßwassersee im schottischen Hochland. Als Loch werden in Schottland allgemein stehende Gewässer und Meeresbuchten bezeichnet. An der tiefsten Stelle des Loch Ness liegen 230 Meter zwischen Grund- und Wasserspiegel. Weil er nur 1,5 Kilometer breit ist, geht es im Loch steil bergab. Mit etwa 56 Quadratkilometern ist er nur wenig kleiner als der Untersee des Bodensees, 62 km². In Drumna Drohit können Touristen auf die Jagd gehen nach dem Monster von Loch Ness. Das Dorf liegt am Ufer des Sees und gilt als das Zentrum des Nessie-Mythos. Nur etwa drei Kilometer entfernt liegt Urquart Kessel. Die Burgruine ist beliebt bei Touristen, die in dem Besucherzentrum mit allen Informationen zur belebten Geschichte der Felsenburg versorgt werden. Wer eine Bootstour auf Loch Ness unternehmen möchte, kann das von Inverness aus tun. Die Stadt liegt nur unweit vom See entfernt und ist durch den Caledonian-Kanal mit Loch Ness verbunden. Reisende, die der Natur besonders nahe sein wollen, können am Loch Ness campen. Am Ostofer des Lochs liegt der Campingplatz Loch Ness Shows Club Side. Der Campingplatz hat von Campon auf der ADAC-Webseite gute Bewertungen bekommen. Eine dreiköpfige Familie zahlt laut ADAC ab 35,55 britische Pfund, etwa 40,57 Euro pro Nacht. Wer es komfortabel mag, kann sich direkt am See in Miethütten, sogenannten Armadiler-Unterkünften, entspannen. Bei Loch Ness Camping kostet das ab 60 Pfund, etwa 68,47 Euro pro Nacht für zwei Personen. Die Legenden rund um das Monster von Loch Ness haben sich auch in der Popkultur niedergeschlagen. Zahlreiche Filme beschäftigen sich mit den Heilens und dem Ungeheuer aus dem See. Auch die Fernsehserie Loch Ness spielt in der mythischen Umgebung. Darin wird für Annie die Suche nach einem Serienmörder zu einem Spiel auf Leben und Tod. Im Comic Asterix bei den Pikten hat Nessie einen Auftritt als liebenswürdiges Seeungeheuer, das den beiden Helden Asterix und Obelix hilft, ihr Abenteuer zu bestehen. Auch wenn es manchmal merkwürdige Dinge apportiert. In verschiedenen Ländern fasziniert das Seeungeheuer die Menschen. So tragen zahlreiche Pubs und Gaststätten den Namen Loch Ness. Liebe Leserinnen und Leser, aktuell steht Ihnen leider keine Kommentarfunktion zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie ab dem 11. Juni in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen, die wir bis dahin schrittweise einführen werden. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Außerdem warten auf Sie viele Verbesserungen und neue Funktionen. Antworten auf Ihre Fragen und einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie hier. Leider ist es nicht möglich, alte Accounts und Kommentare zu übernehmen. Auch in der Zwischenzeit können Sie gerne auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team A.I.J.P.